Hallo Menschen, wir sind da im Internet und wir spielen jetzt eine neue Runde eb und ob natürlich wieder mit die Diana und mir und ich weiß immer noch nicht ganz genau wie das jetzt hier vonstatten gehen sollen, auch obwohl wir gerade überlegt haben. Wie ging das hier nochmal? Ich glaube ich musste dich jetzt da hoch, dass du jetzt rechts hoch gehst. Dann bleib mal da. Du gehst jetzt unten auf das Teil und ich schmeiß dich jetzt nach rechts hoch. Ja, das machst du jetzt einfach kaputt. So und dann springst du auf mich, gehst ab da jetzt springen, genau auf das Teil und dann einfach rüberspringen. Tschüss! Nice! Hier kann einer von uns hoch am besten. Wir hassen Punkte. Wir nehmen sie einfach nicht mit. Zitat Diana. Was habe ich überhaupt nicht gesehen? Aber mit den Aktionen impliziert. Ich möchte nochmal sagen, wir hassen Punkte. Wie man sieht. Du musst mich einmal hier hochschmeißen. Ja, gut. Magi, ich komme nicht zu dir. Ähm. Ich mach's eben so. Ähm. Ja, da musst du rüberspringen und dann zu mir irgendwie kommen. Aha. Ja. Jetzt geh ich auf deinen Kopf. Mach den kaputt. Ähm. Und kaputt. Ja. Ich bin stolz auf dich. Da kannst du glaube ich hoffentlich einfach hoch. Ich weiß es nicht. Ja. Nice. Und da sind nochmal so Riesenteile. Ach, da springt so ein Teil raus. Ja. Im richtigen Moment springen. Ja, Nicole. Der kann das. Ähm. Warum fängt man denn nichts hier wieder an? Das ist ja voll assi. Sicher halt ein bisschen ätzend. Wenn ich versuche. Ja, weiß ich nicht. Aber wir müssen die ja wieder kaputt machen. Oder wir müssen wieder sterben, damit wir nochmal von Anfang an anfangen können. Das mögen wir nämlich. Zitat Diana. Kommst du bitte auch. Du hast die 1 gedrückt. Du hast die 1 gedrückt. So. Ähm. Okay. Das Ding ist. Man kann ja zwischen den Teilen herspringen. Und du musst auf jeden Fall jetzt noch nicht. Aber du musst gleich auf jeden Fall nachkommen. So viel ist sicher. Jetzt noch nicht. Geh von meinem Kopf runter. Die. Lass mich das jetzt versuchen. Oh, wir sind wieder hier. Okay. Alles cool. Warum auch immer jetzt hier ein Checkpoint ist. Und jetzt gerade eben keiner war. Man weiß es nicht. Oh, das war saueng. Yo. Hast du das jetzt gemacht? Ich hab. Glaube ich muss auch zu dir. Ja klar. Weil dann darüber und dann hoch. Ich versuch's. Ich versuch's. Oh. 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 Hey. Einer von uns geht rüber. Machst du mal am besten. Machst du mal am besten. Ja genau. So. Dann schmeiß ich dich da. Ich schmeiß dich da erst hoch. Du fliegst da drüber. Okay. Nein. Ich schmeiß dich erst hoch. Hör mir doch zu. Hoch. Du rennst rüber. Das bringt nichts. Okay. Gut. Hm. Ah doch. Warte. So. Ja. Und wenn ich im Flug bin. Musst du rüber. Du hättest rüber gemusst. Ne? Ja. Wenn ich im Flug bin. Wenn ich im Flug bin. Wenn ich im Flug bin. Musst du rüber. Aber. Aber. Du willst doch auch froh haben. Ja krieg ich dann doch. Jetzt musst du laufen. Es geht. Meine Damen und Herren. Bin unfähig. Ja. Danke. Aber ich wette das geht so. Jetzt glaub ich dass es so geht. Ich überleg gerade was sonst noch gehen könnte. Du kannst auch einfach stehen bleiben. Und zugucken. Geht auch. Ja ne. Ja ne. Ja. Ja. Du musst mit beiden Füßen drauf stehen bleiben. Warte. So. Das geht irgendwie gar nicht so. Nein. Echt. Aber warum kannst du denn sogar da hin. Das bedeutet. Ach. Warte. Du kannst mich dann doch. Irgendwie muss ich das nur schaffen da rüber zu kommen. Aber wie mache ich das? Ja. Ja. Ich komm da ja nicht hin. Da müsste ich auch hin. Oh ne. Ich glaube das geht nicht. Ne das geht nicht. Das ist glaube ich ne zuhaurte Kante. Ne. Na das. Ne. Das geht nicht. Mh. Warte das geht so. Muss eigentlich. Weil sonst würden die. Und die nicht auf der Wiese zu kommen. beiden Platten ja keinen Sinn ergeben. Du musst erst danach springen. Ich muss das jetzt glaube ich schon zehnmal machen. Ich glaube, weil du da so drauf... Drückst du dann immer springen noch? Weil das darfst du nicht. Dann musst du stehenbleiben. Okay, es funktioniert. Okay, mein Plan von Anfang an hat funktioniert. Irgendwie hat das mit der Umsetzung ein wenig gehapert. So. An wem liegt das wohl? An dir! Ja! Liegt wohl wieder an mir. Ja. Und wieder schuld. So. So. You need to run. Wie rennst du denn da? Man muss die X-Taste drücken. Ja, genau. Das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. So, wir sind jetzt gerade mal in Level 5. Ne, Level 6 oder? Level 5? Level 6. Level 6! Von... Es gibt übrigens 15. So viel wissen wir schon. Ist ein Traum. Hm. Aber warum ist da denn noch so eine Sprungschanze? Was soll die da? Damit man hier nochmal zurückgehen kann. Aber warum? Oder steht der einfach nur da, weil der hat Bock dazu? Kann aufhören. Oder der soll die Sprungschanze sein, damit man die kleinen Vier da... Die sind kaputt machen können. Aber ich dürfte die eben nicht kaputt machen. Ne, das sind meine Babys. Ich bin der Rabenvater. Ich bringe die unten. Ich werde acht Minuten auf und verzweifeln. Am Anfang haben wir wenigstens ein wenig was geschafft. So... Wir sind nicht drin. Das sieht nur so aus. Wir sind nicht integriert. Genau. Dann nochmal rüber jetzt gleich? Jetzt? Zu spät? Also sonst lass mich mal einfach da hoch. Guck ich mir das da mal immer an. So, du springst von dem da drauf. Gehst dann nach links, genau. Nein, du musst doch warten. So, da hoch. So. So. Oh, sorry. Ich bin ein Sprung. Ist so doof. Okay. Kann aber funktionieren. Hast du immer noch nicht verstanden, was ich vorhabe oder was? Doch. Ich wollte schon sagen. Was? Warum guckst du mich so... So... Jetzt möchte ich mal alleine weiter. Ja. Tschüss. Stell dir vor, da wäre ich jetzt nicht mehr hochgekommen. Betreuung gewesen. Ich verzweifle. Dieses Spiel würde mich rumbringen. Hallo. Vielleicht... Nein. Hm, 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 hm. Ich habe keinen lassen schon. Echt nicht. Wir können einen da hochschmeißen. Ja, nein. Was bringt uns das? Das bringt uns nichts. Ja, doch. Vielleicht auch schon. Ja, und wie willst du jetzt da hin? Ja. Super, nein. Ich muss... Ja. Ich lasse mich doch erstmal die Lage checken. Du sagst die ganze Zeit so, als hättest du die Ahnung, aber das hast du auch nicht. Na, das stimmt überhaupt nicht. Ich mach so, als hätt ich Ahnung. Das ist ja gerade. Ich hab keine. Also einer muss ja auf jeden Fall... Das ist ja auch ein grünes Wesen. Ja, darf ich es trotzdem ausprobieren? Das wird uns ins Grab bringen. Menschen. Ich bin hier aber jetzt auch schon wieder seit zwölf Minuten auf. Ich werde dieses Let's Play in meinem Kanal einrahmen. Das wird das beste Let's Play, was je aufgenommen haben. Hallo? Das ist übrigens Gethudianer. Musst ihr wissen. Und... Wir werden... Weitern grübeln. Tschüss. Tschüss. Und... Melden uns dann zurück. Nun, viel Spaß bei dem Wetter. Wir sehen uns. Wenn kein Sturm auftaucht. Bis dann. Ich denke, das Video ist jetzt zu Ende, ne? Denn... Normalerweise beendet man ja ein Video, in dem man dann zum Beispiel einen besonderen Satz hat. Dass man am Ende sowas sagt...